Also 1, 2, 3, 4, 5 Kabel, 3 Cleanstone, also ich brauche jetzt 5 Kabel, also die Hälfte davon und 1, 2, 3 davon und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon. Dann machen wir uns jetzt nämlich erstmal eine Chest, dann die Chest hier, dann machen wir das so und so und so. Yay, wir haben den Trash. Geil. Einfach nur geil. So, da werden wir erstmal. Das rein, ne, die Strings muss ich aufheben, aber Zombie hören kann weg. Äh, Flint werden wir die Hälfte auch weg. Das muss ich auch aufheben. Bone, naja, äh, das brauche ich nicht. Ähm, Kakteen. Eigentlich nicht, aber, ne. Einfach mal aufheben. Gunpowder werden wir auch aufheben. Aber so viel Erde brauche ich doch nicht. Die Dinger kann ich neu machen. So, wie mache ich denn das? Zack, 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 zack. Finde ich gut. Jetzt habe ich endlich mal was, wo ich was wegschmeißen kann. He, he, he. Alter, die Sonne, die blende ich aber ganz schön rein, ne. Fick dich! So, das muss der noch sein. Äh, rum. So. Wartet mal, ich muss mal kurz zählen. Also. Das Ding haben wir, das Ding haben wir. Das haben wir, das heißt, wir brauchen noch eine. Äh, ja, ich habe gerade was geguckt. Ähm. Ich muss mal pinkeln. So, aber ich muss sagen, das sieht very nice aus. Richtig geil und sexuell. Wir werden jetzt aber... Alter, ohne Scheiß, ne. Die Sonne, die blende ich dir durch. Das ist ja ekelhaft. So. Weißt du, was ich jetzt mit der hier machen werde? Zack. Brauche eine neue. Haben wir denn sowas noch? Wie es aussieht? Nicht. Oh doch. Ja, sorry, dass ich da nicht hingeguckt habe. Und die brauche ich noch. Äh. Die ist auch immer gut. Also, wir kriegen langsam Nacht. Also, wir sind mal bald umnachtet. Aua! Hat mich irgendwie wehgetat. So, ich habe gehört, wir kriegen jetzt hier richtig geile Rohstoffe. Alter, ich komme jetzt so gar nichts, ne. So, das muss hier hin. Ah, ah, stimmt. Nächste Folge ist schon der finale Part. Was? Da war ja was. So. Ja, ihr merkt, da draußen wird es langsam schwammig. Die sich, weil, wisst ihr, das zieht sich bis hier rein. Wieso auch immer. Aber da, dass ich da nicht so drauf stehe. BÄM! So. Sieht schon geil aus, das Wasser, gell. So beruhigend. Epischer Realismus. So, äh, das brauche ich. Und das? Dummes Vieh. So, das auch noch. Halt nicht gleich alles auf einmal, ne. Oh, das gibt wieder schönen Level, ne. Schöne Level 30 Verzauberung, ich komme. So, wouldsh, wouldsh. Äh, das kann auch erstmal hier rein. Äh, er, 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 ... So, äh, wir nehmen noch. Nehme ich die Kohle? Nehme ich eine Redstone. Redstone! So Ich hätte nämlich gerne eine richtig Episch geile Verzauberung Endlich mal Und nicht nur so eine Pillow-Hands-Scheiße Hier So So Weg damit Einfach weil ich's kann Kommt das alles weg Ja ihr merkt richtig Ich gucke übelst auf die Time Ich darf ihn mir nicht mehr so überziehen Geht nämlich immer so ins Rendern dann über Und wenn du renderst ist das richtig scheiße So Und so Machen wir das jetzt Ah la 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 Ne das haben wir schon gehört Das auch Meine Fresse dauert das wieder Ich hier durch bin Wie schon gesagt mit der Glücksspitzhacke das ist auch immer so ein Glück Das kommt hier rein Das kommt da rein Du kommst jetzt hier hin Erstmal schön drei Blöcke nebeneinander Und weg damit Ich fand's jetzt geil Vor allem nur Kling 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 Redstone So 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 und so und so und so Bei uns läuft das so So Ich klicke immer eine Kiste zu weit unten hin So Moment So Weiter geht's Weiter geht's Yeah Level 30 Wuhu Bis denn jetzt geht das noch relativ schnell Wir fristen halt da draußen das Gras weg So Alter Ich brauche eine neue Rohstoffkiste Oder Oder Ich muss mal irgendwas wegschmeißen Wäre vielleicht mal eine Maßnahme So So Nein das wollte ich gar nicht da hinschmeißen So Meine Freunde Ich weiß ja nicht wie ihr das seht Aber ich würde sagen Ich mache jetzt hier Schluss Und wir sehen uns dann im finalen Part wieder Der wird bestimmt wieder Wochen auf sich warten lassen Aber erstmal nebensächlich Bis dahin Haut rein Ciao Ciao